ja dann dann passt du mal auf blocket und ist der eingang also mit es so ist der stein da drin kann man dann da so ausgucken da aufs wasser gucken und hier so in der luft schweben bringen muss zum reingehen ist auch doof so besser ja ich glaube schon langsam ich gerade runtergegangen bin mit 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 schrift ist jeder scheiß krokodile da müssen wir gucken wie man palisade schützen machen das brauchen wir auf jeden fall sonst ist so ein kleinen vorhof würde ich sagen muss ich noch macht wo man dann halt ein lagerfeuer hinstellen oder müssen das eigentlich höher machen naja ist auch doof die moment ist genau wie drüben wenn das macht keinen sinn hier komm immer es ist ein scheiß mutant da ne glaube ich bin gleich alle krokodile um da müssen wir aber erstmal so sachen zum aufhängen wenn wir zu viel essen das müssen wir sowieso machen wir haben zu viel und schon wieder welche und ein dicker kommt auch schon wieder machen ich will doch grad bauen schön ja ja ich sehe ihn aber nicht wisst ihr hier vorne hier vorne wieder ein galoppel Heinz und so ein blauer ist auch dabei zwei blaue oh ah einer ist schon weg zwei pfeile sieht man halt nix mehr ne ja darf nicht krokodil will mich jetzt angreifen ja sorry irgendwoher habe ich schon wieder einen scheiß pfeil ist das unglaublich krokodil äh schildkröten gibt es ja auch ja gut würde ich sagen machen wir erstmal die hütte ready dass wir einen schlafplatz haben so oder kann man dann direkt daneben stellen so zwei stück zum essen war direkt mal ein bisschen weiter in den wald rein oder kann man doch so machen dann direkt daneben so zwei ständer fürs essen ständer ja ist ein ständer halt ne da hänge schon mal was hin ich glaube ich glaube der ingame sound der ist mir ein bisschen zu laut und effekt und ich habe es ein bisschen lauter gestellt weil ich mir gedacht habe das spiel ist ein bisschen leise teilweise aber ich habe vergessen dass das spiel ja sehr der anbelangste sounds hat mal die stöcke aufheben du musst dein essen aufhängen ne stimmt noch irgendwo einer rum aber ich sehe hier halt gar nichts ne ja leider ich meine ich sehe mehr in meinem live stream video als in meinem bild hier kann man auch gestellter will nein wo ist ja ganz schnell einen schlafplatz ready machen hier lang doch noch baumstämme rum dann nicht habe ich schon alle eingesammelt ja kein platz mehr für stücke dann hier 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 Wie laut ist es? Das ist ja schon voll, ne ne? Gleich Einer noch Kannst du euch was drauf machen, während ich das schieb? Na klar Voll Jetzt wird's hell Kann man den Gamma ja wieder ausmachen Wolltest du draußen hinstellen? Ich hatte sie in der Hütte reingestellt Ne, ne, draußen Okay Bissen Wo er hin hängt Möwe Schnell was trinken Vogel, Vogel Vogel, meins, meins Stimmt, die sind ja jetzt vorm Fenster, ne? Ist auch nicht so Egal, man kann's dann auch wirklich, ne? Das sind ja nur Stücke, was soll das Da hab ich doch schon wieder einen Japsen gehört Ja, mehr wenn noch Ne, da ist einer, ja Zack, 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 links, rechts Und ist noch einer Ach, das Krokodil schon wieder Krokodil Ich warne dich Da haben aber viel Echsenhaut dann, ne? Gut, du willst es nicht anders Hab dich gewarnt Ich hoffe, dass es Populationen gibt in dem Spiel Will die alle ausrotten hier Kann ich mir teilweise hier Lissart rüsten Mal volle Rüstung Ähm, Fleisch Ja, da muss ich meinen Ja, mit Echsenhaut halt Oh ja Mein Hasen muss ich ablegen Zack Wir wollen ja nix verschwenden Wie wohl so ein Krokodil schmeckt Nach Krokodil würde ich sagen Also verhungern würden wir hier nicht Hier ist, glaub ich, ein besserer Platz zum Essen Da vorne sind zwei Mutanten schon wieder Geil Mutanten Rüstung Und drei von den Blauen wieder Warte, ich muss kurz mehr Molotows machen Ich hab nix mehr Das ist schlecht Ich kann Molotow machen Ich glaub, zu Hause auf dem Regal stehen Nur welche, da stehen sie gut Naja Wie zünde ich die nochmal an mit L Mh Die fern erst Gehen erst los, wenn ich sie schmeiße, ne? Mh Ich hab den einen getroffen Den anderen, da müsste ich mir jetzt nochmal Lütturm machen Halt mal ganz kurz aus, ganz kurz Komm mal Außer bleib stehen Ach Jungs, hört's doch auf Geh auf dein Zimmer Oh, mit einem Schuss, warte, hast du den schon getroffen? Lass meine, meine scheiß Knochenrüstung in Ruhe Doch die Lissart-Ding kaputt, die ist mir egal Okay, der zweite ist auch weg Jo Der liegt hier bei mir Also Ja, der andere liegt da Oh Neben dem Baum Hier sind viele Bäume, warte Ja Da haben wir doch bald wieder ne fette Sandenrüstung zusammen Ja, ich kann jetzt schon wieder, ich hab schon wieder neun Sieben Stück, hm Was soll'n das hier? Die bauen mir doch Scheißdreck in die Gegend Brauchen auch ein Knochenlager Jetzt hier auch Naja Passieren ein paar Stöcke ein Wir müssen dann bald mal wieder für Ähm Er ist Stoff Stoff sammeln gehen Wir müssen in diese eine Höhle, wo die Kisten mit Stoff waren, ne? Ja Stoff ablegen und dann Kannst du nicht ablegen So, ja dann nicht, brauchen wir ja nicht Dafür kannst du ja tragen, bis du bis Jo Achso, das Feuer ist kaputt Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit Das kriegen wir hier alles hin Alles gar kein Thema mehr Oh, hallo Wie viele Stöcke hast du? Einige Kann keine mehr nehmen jetzt Ausbauen Warum brauchst du ne Stöcke? Da haben Feuer Da haben Feuer, da was vorher Feuer war Da liegen noch drei Hm, naja doch, Stöcke hab ich voll Da vorne liegt da noch einer Ja, wir brauchen Stocklager Ja, wir brauchen Da wollte ich halt ins Haus dann reinstellen Das dauert aber noch, wenn sie es spielen Naja, haben wir ja gleich Okay ähm, hallo was wieso fliegt hier der Waggon durch die Gegend das soll nicht durch die Gegend fliegen ja jetzt schon wieder voll und wieder einen zweiten ne, ja gut weiß ich nicht könnte sein, nein eine Railroads-Mod installieren ja, vielleicht ne und dann einfach eine Bahnstrecke naja, die Hälfte schon ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wildschweine wir noch brauchen jetzt das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, ich weiß nicht mehr ich habe zwei ich habe drei es sind fünf ich glaube wir brauchen für eine Rüstung fünf Wärmeanzug ja ein ganzes Item ja, ne, vier vier Hirsche brauche ich ne, sechs Hirsche ich habe zehn du kannst von mir haben ich habe zwei aber was das andere ach, das war die ach, wir wussten doch noch ein Waschbär suchen ich weiß nicht, wo es die gibt ich weiß nicht, wo es die gibt ach, ja, der Waschbär wohl immer gemeint hat das ist ein das ist ein Fisch das sieht aus wie ein Fisch das sieht aus wie ein Fisch Fisch kannst du mir sagen, was du willst ich hoffe, man hört, wenn ich sage Fisch Fisch ja, man hört was bei dir bei mir hast du nicht die Kettensäge? ne ich habe wieder ein bisschen Ertüchtigung hier ja ja, gut ein bisschen schneller ist die Kettensäge schon wenn sie nichts mehr macht ist sie leer, ne würde ich behaupten aber nutzen ok jetzt wieder voll ok ja doch, ne Anzeige Aua ich war fast ins Auge gegangen ja, die sagt mir nicht so viel was aber ja ich muss dann gleich mal wieder was essen ok das war's bin ich da noch im Baum schon hehehe ah, was essen ich esse mal einen Hasen das ist meiner nicht mehr was für nicht mehr ja hier lag da noch ein Baum schon was hin nackter Straßenrauber am helllichen Tag hier lag da wo aber schon hä wo war'n' das jetzt da war'n' das jetzt da war'n' aber irgendwie respawn hier keine Wildschweine jetzt, ne das so gut ist, dass wir hier ja, aber kompotile, ne dass wir hier ein Haus bauen dann respawn sowieso nicht so oft spawnen die jetzt respawnen nicht so oft, gell hm das da zwei waren auf einmal war schon war schon mal was ich kann hier mal gucken ob hier was ist er liegt immer noch da, der Fetty hm haut ihm doch nicht aufs Maul man kann ihn auch zerstückeln also wat ja, ne Trophäe von dem kann man auch machen ich weiß noch nicht wie schön sauber schön großen weiten Flächen hier kein Wildschwein schöner See boah, hier könnte man eine schöne Fabrik bauen, ne scheiß Krokodil ja